Hallo, wie geht's? Ich bin hier bei einer Runde Click It. Ich weiß ja jetzt wie es geht, dann hatten wir nur noch einen schlechter PvP Spieler. Na gut, dann schauen wir mal. So, machen wir noch was zum Klicken. Das ist was grünes. Schnell. Das haben wir noch. Zwei Minuten. Das ist ganz leiser. Das ist gut, dann schauen wir mal. Da oben ist auch ein gelber, den schnappen wir uns auch noch schnell. Da ist noch ein blauer, ok. Blau ist gut. Rot waren 5 Punkte, gell. Ach je. 80 Sekunden noch. So, ich glaube jetzt muss ich mich mal irgendwo verstecken und mal meine Sachen raussuchen. So, wie war das? Da klicken und einfach alles mal. Keine Klicks mehr? Mist. Da greif ich doch nicht nach. Wieder spitze Zacke an. Okay. Gut. Was ist das? Da haben wir noch mal einen Punkt. Da haben wir auch noch mal einen Punkt. Noch mal einen Punkt. So, dann schauen wir noch mal schnell nach. Ach Mensch. Da ist nur noch scheiße drin gewesen. Das konnte doch nicht wahr sein. Ah. 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 F Heck packen. Ich finde tief gefallen. So, jetzt. Und Picasso. Na, was solls. Ich bin da gezogen ażd. Ah. probieren wir gleich noch mal ach nicht Jump League, click it! Jump League ist für mich das letzte, ich bin so ein schlechter Jump'n One Gamer Ah, siehste, so schlecht bin ich in Jump'n One Game Wollte man mal Team Boyd, ach was nimm mal World Cup, Reelsun, Arcadis Arcandis, nimm mal Arcandis Ich will doch nur spielen, uuuuuhh Ich tu doch nichts Hilfe! Warum bin ich so schlecht in Jump'n One? Warte mal sind alle wieder rausgegangen, das kann doch nicht wahr sein Drei Spieler Hey! Mal schauen wie weit ich hier komme Also, ich war schon mal bisschen weiter Boah! Zurück! Och Menno! So, jetzt aber! Gesehen wie schnell es ging Ich bin durch gerannt Jetzt gibt es hier Leute die laufen da einfach so durch Die hüpfen und hüpfen und hüpfen Guck mal wenn ich das mache Das geht nicht Ich komme nur bis zum zweiten Sprung Oder ich bin komplett falsch Das war in der Krebs Das kann doch nicht wahr sein So, jetzt ist die nächste Runde So, jetzt ist die nächste Runde So, jetzt ist die nächste Runde Da ist ein roter Chain Da ist ein roter Chain Jetzt nehmen wir erstmal den blauen Jetzt nehmen wir den roten Jetzt nehmen wir hier noch die beiden mit Ach hier ist die Treppe Nee Ich hoffe da oben ist was Sieht nicht da noch aus Ein Verzauberungsbuch Äh Verzauberungstisch Upsa Hier war ich ja grad schon Warum ist hier nichts Da ist noch ein anderer Das kann doch nicht wahr sein Ich hoffe jetzt habe ich ein bisschen mehr Glück Nicht wie bei der Runde davor Da war ja richtig scheiße drin Da ist ein gelber Da ist ein gelber Ok Und So So Na gut Das, 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 das Und das Sehen wir das an, das an Holzschwert dahin, Apfel dahin Das kommt dahin Kekse Na gut Darum war ich glaube ich noch ein blauer Stein Machen wir noch 3 klicks Cool Dann ziehen wir einmal die Hose an Und die Schuhe an Das sieht ja irgendwie scheiße aus Daher Oh no Da oben Hey, genau So, nochmal Fuß Das ist Warum drücke ich hier mal nach drauf? So, jetzt haben wir noch Hm Hm Okay Leder, Leder Feuerstein Okay Super 2 Nieten Ah Super 2 Nieten Hat gerade eine gefragt ob man teamen darf Oh Puh Uh oh Э Was ist So, jetzt habe ich ein besseres Schwert Bäh, das ist ein Moment das gibt es doch nicht ich will runtergauen ich bin halt ein richtiger noob in pvp bei world of warcraft pvp habe ich kein problem aber hier in minecraft ist nie so meine welt ich will auch was sehen ja ok wenn pvp gewinnt dann na jetzt ist er so tot das schafft er nicht oh blau nice ach bloß hier doch das schafft er nicht ja das war es mit den runnen ich habe leider nicht gewonnen aber ich habe auch nichts anderes erwartet ich habe auch ein bisschen pech gehabt von mir mit den sachen die da in der erklickten natur waren die waren nicht so doll wtf ist er blaustier ok ok was soll das ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten mal bis dahin tschüss 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 bis zum nächsten mal